und ja okay dann leg mal los ja ich bin wieder der Wuppi ich mach hier den Spieler zurück, bitte warte, wenn ich mach jetzt bei mir ist er drin über mich auch, aber ich bin jetzt dabei ja der Nukel sollte weiter Partia und so und so ein Typen ja hey Leute, auf geht ah, ich bin der Nukel Nukel, ja der Nukel, wenn man den hört der macht richtig was fettes richtig klein mal wenn man ihn sieht denkt man hat ihn nicht von Don Percival ihr wisst ihr Don Percival? ja er ist ein Wormunger Wormunger ja Das ist ein bisschen was zu machen. Geh die Humane Labs' Key Codes und die Armored 4x4s, wie die die, die in die Platz schützen. Du machst die Key Code Exchange, auf Elgin Avenue. Du bist mit jemandem, der hat ein bisschen Probleme mit dem Büro, also bitte, benutze eine Beziehung. Ein von euch wird das Exchange machen, ein von euch ist ein Bord, und die anderen werden die Lookouts. Die Armored 4x4s, die Meriweather Security Consulting, die Don Percival, die Humane Labs läuft. Du findest die Meriweather Insurgents bei der Davies Courts in Blaine County. Alright, Leute, es geht nicht darum, was ihr das gemacht habt, das wird gut bezahlen. Keine Fragen. Wenn man die anderen nicht hört, kann man nicht ändern. Und was sollen wir starten? Die Reihenfolge? Du hast geklaut, oder? Ja, kann man besser Musik. Äh, du mich auch. Ja, also... Ja... Du bist der Chef? Also... Ja, ich bin sicher. Ähm... Also... Ihr könnt, was ihr wollt. Ich hab 43 Millionen insgesamt. Boah, super gut. Ja... Ja... Dann legen wir mal los. Wird auch Rettwärts, wieder zu finden. Ja... Wenn der Süd ist, noch ein Deutscher. Also... Leibwichter Käufer... So, ich verkäufer? Ja, ich bleib nicht verkäufer. Ich bin Leibwichter auch noch. Ja... Was denn? Ich guck mal... Ich guck mal, ob der Deutsche ist. Oder ob es immer alles ist. Also ich... Ich bleib... Okay... Ah... Englisch, scheiße. Englisch, britisch... Oh... Ja... Also schlecht. Nein... Du isst das! Du liebst unser Leben. Ja... Du liebst, ja... Ach... Schüttel, ja... Ich guck mich in diesen einen Autoren. Ich fühl mich in diesen Autoren... Ich fühle mich in diesen traum so sch***ig... Oh... Du... Hey, hey, hey! Oh... Oh, wie, du, du, du. Oh, wie, du, du. Ja, voll der Geige. Loh! Loh, ich dachte, er hat diesen kleinen Gack. Wut. 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 Hör mal auf! Ja, Mann! Hey! Ja, Madonna! Scheiße! Ich will die PS3 loshaben, Alter! Ja, Nuke will die PS3 loswerden! Also, schreibt's in den Kommentaren! Was war das für sinnloser Satz? Scheiße, Mann! Also, wer für seine PS3 verkauft, schreibt in die Kommentare! Likes, schreibt in die Kommentare! Ich find das aber geil, ja! So, ab geht's! Das Video bringt 10 Likes, Mann! Ja! Wegen diesem Satz! Ja! Ja! Wegen dieser Satz! Na, ähm! Wollen wir einmal nicht zugehen! Oh, ähm! Oh, ähm! Oh, ähm! Oh! 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 Das war's! Das war's, oder? Oder jemanden? Oder jemanden? Oder jemanden? Ja! 216 Abundenten, Junge! Warum? Ich kann's schon mal erzählen! Ich bin von mir! er freut sich die Hälfte und wo auch die Stürmer die Stürmer wenn ich gut den Wuppi-Gangstern um Oktober und er auch zu kommen bei mir ja mal mit Freitag jeden Tag vor Ort die Partikettung ja da hat er die Stimme das war was für alle du bist so wie ich will Mama du kannst dich Mucker ach komm nein ich bin vom Dach geschlossen wie wird das? Junge wieso ist die PS3 noch da? mann die PS3 zerfetzt dich ja ja motherfucker ja ich komm mit dem Mimigang was ist denn da los man was wir wollen doch von dem Mimigang hola du hast eine Wunder nein so ba 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 nein ich verleine weil ich soll nur kriege ich mich jetzt ba ba du hast die Eikensache ja da rufen die Scheiße ja da rufen die Scheiße hab ich Huli tschüss ich bin jemanden ha ha ich bin dein Käufer ja und tot ja man ja man ja die Eikensache ja die Eikensache der Autos ist doch doll ja ich glaube ich kann dich doch nicht ey der Junge ich brich die Kieber die können die Kieber in den Kieber Da ist alles klar! Hallo, den Mab! Du sollst mich vorbei machen, du sollst abschießen! Ich bin jetzt weg! Du willst mich nicht probieren, ne? Äh ... Guck mal hier, hier sind alle sechs Fans, hier alleine, ich Junge! Sag mich an, nenn mich Ghost! Nenn mich Ghost, Junge! Du weißt Ghost, Junge, Ghost! ich muss mich aus Junge nenn mich einfach Nein, Ghost! Fabio, raus, weg, 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 weg! Nee, du verrechst, Junge! Alter! Oh je, er verrechst, ich hätte mich ja... Hat er überlebt? Nee, tot, vorbei! Ende im Gelände! Hey Leute, was geht? Ich bin Junge, bin also willkommen... Was laberst du? Du hast die Zeit... Ist schon zu Ende! Wer laberst so viel? Der labert nur, wenn der Tag lang ist! Hey Leute, was geht? Ich bin Junge 10.01 Nein, das ist ein Gesehen! Junge nicht! Sieht ihr? 2.16 Boah, 200? Kannst du niemals... Wenn ich Foto machen... Ja... Tue ich Facebook... Mach gleich Foto, ich schick dir auf WhatsApp... Komm mal her! Dann trafst du... 2.16 Abonnenten aus, Herr Maul, Mann! Uh, 2.17! Uh, Herr Maul, Mann! Uh, 2.17 Abonnenten! Ja, dann mach ich Abo weg! Äh, warum dauert das jetzt hier? Ja, weil ich, äh, was gebrückt habe, was? Ja, ich glaube auch... Hallo, wieso Kaptus... Hä, wo seid ihr? Haha, ich bin im Haus! Jetzt! Hä, ich bin nach draußen! Ah, jetzt geht's! Ah, schön, wir sind im Haus! Es geht! 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 Hallo, es geht! Hey! Ja! Komm her runter! Junge, es geht! Jetzt komm her runter! Es geht gar nicht! Bist, die Aktenkasche! Erf, wir müssen uns da los! So! Klick, klick! So! Das ist meine Villa! Gangster-Style! Oh my... Oh my... No, sie ist einarrer! Hör auf zu bringen, bitte! Ach, ich hab Platin halt, aber ich hab... Ach, ich hab hierhin gesagt! Ich hab hierhin gesagt! Ja, wen zitterst! Was? Wen zitterst du? Das ist jetzt Platin aus! Ja, gut! Ja, 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 hab ich gesagt! Ja, ja, hab ich gesagt! Mh, hör auf zu lügen hab ich nicht! Ja, ich dachte, du wolltest die PS4, und... 1 zu 1, steht 1 zu 1 wer ein paar Pfeifen die Frauen wie Fußball die einen nennen oh dann kommt der noch die Fußballlehrmann ja dann freute er sich Ja die Frauen die Frauen die Frauen ich bin mit Meda und auf dem Land bei mir auch ich habe ja nicht nein 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 elf Meter Yes, Smoke Davey Day Ah ne, zum Glück nicht weiter geht es, oder? Zum nächsten Part wenn du nix neu. Ich bin euer WUKB.P und die anderen sagen Ciao